Moin Leute, Update 850 ist endlich am Start und damit die ganzen Entwicklungen, die Comtoas jetzt ja nun doch noch nachgezogen hat. Plus, dass wir zwei Anpassungen nochmal drin hatten, die ich jetzt, eine davon in dem letzten Video schon mal gemacht hatte, was nur zwei Minuten ging. Wo Comtoas, das eine Wachstuhs-Unterstützungs-Event, was ja ursprünglich nur für Anfänger und Rückkehrer gedacht war, jetzt ja auch auf alle ausgerollt hat. Das heißt, die ganze Transzendenzrolle und die ganzen Belohnungen dort sind für alle da. Sehr schön, gute Änderung Comtoas, nur die Kommunikation ein bisschen komisch. Auch mit dem Update hier, wann das hier released worden ist, ist auch immer die Kommunikation sehr, sehr vorgewählt gewesen. Also ich weiß nicht, was mit Update 850 los war, aber irgendwie war da Wurm drin und wir haben noch eine weitere, sag ich mal, noch eine weitere Änderung hier drin in diesem Update. Das gucken wir uns gleich nochmal an, die auch nochmal hinzugefügt worden ist, die vorher nicht angekündigt wurde. Dann schauen wir mal rein ins Update und wir sehen jetzt natürlich neue Monster. Die Drakankrieger sind neu mit 850. Die gucken wir uns gleich nochmal an, würde ich sagen. Dazu kommt natürlich auch mal wieder eine Spezialbeschwörung dazu, logischerweise. Das heißt, ihr habt jetzt ja die Möglichkeit mit höheren Raten diese Drakkan-Beschwörer zu bekommen. Der Gönn-mir-nie-Button ist aktiv. Apropos Gönn, Leute, wenn ihr Bock habt, mal live im Stream vorbeizukommen und vielleicht ja auch mit uns zu öffnen, seid ihr herzlich eingeladen. Schreibt mir gerne, wenn ihr vielleicht noch ein paar Röhrchen rumliegen habt. Ich mache das meistens so ab ca. 500 Rollen machen wir dann auf im Livestream, finden gemeinsamen Termin und enjoyen das Ganze selber und dann gucken wir mal, wie gut dieser Button wirklich gönnen kann. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch in Richtung Ende Oktober wieder öffnen mit meiner besseren Hälfte zusammen. Wenn ihr da vielleicht auch nochmal ein bisschen was da habt, dann schreibt mir gerne und wir sehen uns dann live auf Twitch, würde ich sagen. Dann sehen wir ja auch noch eine neue zweite Weckung, wieder die Harpus, die gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter an. Genauso der Dungeon, der wird dann wahrscheinlich nochmal ein extra Video dazu kommen, wie man den Farm tralala bumms, würde ich sagen. Jetzt kommt mal was, was für euch vielleicht interessant ist, nämlich das Angriffsgeschwindigkeitsanzeige oder der Angriffsgeschwindigkeitsanzeigemodus, weil der ist, glaube ich, standardmäßig nicht aktiv. Und da würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein und gucken mal, weil ich bin der Meinung, den solltet ihr alle eingestellt haben, nicht ausgestellt, den solltet ihr alle eingestellt haben. Also gehen wir da mal rein. Und dafür geht ihr jetzt einfach in die Maske rein, wo ihr beispielsweise euren Autokampf startet. Da sind wir jetzt kurz davor, könnten jetzt hier den Autokampf starten und dann jetzt hinter mir, also hier, hier links, da, da mal drauf drücken. Und dann seht ihr hier oben rechts detaillierte Einstellungen und dann seht ihr hier, dass ihr sagen könnt, Angriffsgeschwindigkeitsanzeige an. Und wer will, das war übrigens in einem der letzten Updates auch noch drin, kann auch die Attribute anzeigen lassen. Dann sieht das ganz auf einmal so aus. Das heißt, du hast hier oben die ganzen Attribute, siehst, dass es sechs Sterne ist, das Level ist jetzt nicht zu sehen, ist aber auch, glaube ich, irrelevant. Und du siehst endlich die Combat Speed-Werte. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, ist das jetzt nur dafür aktiviert oder kann ich das auch beispielsweise, was interessant wäre, in Belagerungskämpfen sehen? Weil das ist hier ziemlich wichtig eigentlich. Gucken wir mal rein. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Offense, so. Oh ja, das ist richtig gut. Das ist eine richtig gute Änderung, weil so seht ihr jetzt, wenn der alte Mann hier im Fernsehen immer, also ich, wenn ich immer so was erzähle von wegen, ja, also eure Monster müssen auf einem bestimmten Speed-Tick sein. Gut, die haben jetzt hier gerade keine Runen, weil die gerade woanders ausgelagert sind, aber die müssen auf einem bestimmten Speed-Tick sein. Da müsst ihr gewisse Mindest-Speed-Werte erreichen in Belagerungskämpfen. Und das ist ziemlich cool, weil dann kann ich bloß noch die Combat-Zahlen jetzt sagen und sagen, ja, pass auf, ihr müsst mindestens so und so viel Combat-Speed haben. Ich glaube, hier war das 239, damit ihr im richtigen Speed-Tick drin seid und von den Gegnern nicht überrundet werdet. Und so seht ihr jetzt die ganzen Sachen, das ist eine richtig geile Änderung, stark kommt, du hast, endlich haben wir das. Kleines, ich habe immer was auszusetzen, kleine Sache, die man jetzt noch nicht machen kann, die aber richtig geil wäre, ist, wenn man das ganze Thema Speed-Tuning noch irgendwie hier im Spiel machen könnte und nicht über externe Tools. Weil wenn ihr jetzt momentan gucken wollt, dass ihr mit eurer Tiana beispielsweise die erste Runde zieht, die hat ein bestimmtes Tempo, dann guckt ihr, dass das nächste Monster hinten dran ist und möglichst auch Speed-Tuned ist, also dass der Gegner nicht dran kommt. Dann helfen die Combat-Zahlen recht wenig, weil diese Angriffsbalkenerhöhung, die hier mit dem Wind des Wandels passiert, die ist hier nicht mit reinberechnet. Also ich glaube, das ist hier nicht mit reinberechnet und dementsprechend sieht man das nicht so richtig toll. Aber hey, das ist immer noch was zur Verbesserung, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Änderung. So und weiter geht's mit Update 8.5.0, dann sehen wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten für den Belagerungskampf zum Kampftest. Kann man jetzt auch Spezialregeln hinzufügen, dass man wieder, ihr habt ja dieses Kampftestgebäude, was übrigens auch sehr cool ist, wo man sehr viel gerade auch für Belagerungskampfspieler ein bisschen reinnerden kann, Defenses testen. Und jetzt gibt's irgendwie zukünftig anscheinend auch Fertigkeiten von Basen. Also man kann jetzt nicht nur Leader-Fähigkeiten haben von Monstern, so wie jetzt in dem Fall mit Nana eine ACC-Lead, sondern auch eine Basis kann zukünftig auch eine bestimmte Lead tragen. Finde ich eine coole Idee, das hatten sie glaube ich in der Form noch nicht angekündigt und das ist vielleicht für Belagerungskampfspieler ganz interessant, gibt wieder mehr Strategie vielleicht rein. Also coole Änderung, coole Idee vor allem auch, dass so eine Basis bestimmte Werte haben kann. Was hier nicht passiert ist, also was man nicht machen kann, ist die Werte stacken zu lassen. Das heißt, wenn du hier sagst, du hast zweimal Speed als Lead, also als Leader-Skill vom Monster eine Speed-Lead und als Basis-Skill einen Speed-Wert, die werden nicht zusammenaddiert. Also du musst unterschiedliche Speeds, unterschiedliche Leader haben, weil die werden sonst, sonst wird einfach nur der etwas höhere Lead-Wert genommen. Also wenn du einen mit, keine Ahnung, du hast jetzt eine Miang mit der 28er Lead und hier oben steht 24 drüber, dann würde die 28er Lead gelten. Das ist noch gut zu wissen, da stand da nämlich auch mit drin. Dann wurden die Unterstützungsmonster noch mit hinzugefügt für den Belagerungskampf, die ihr über dieses kleine Symbol damit hinzufügen könnt und ich würde sagen, die gucken uns direkt mal an. Und die Unterstützungsmonster könnt ihr jetzt hier hinter mir da an diesem Mauszeiger einmal draufklicken und dann geht ihr jetzt auf die Monster und könnt die jetzt theoretisch hier drüber auswählen und sagen, ich möchte die hier alle benutzen. So läuft das ganze Lachs, mir ist das völlig bumpe, aber für euch vielleicht, die jetzt rein starten wollen in den Belagerungskampf, ist das interessant. Ich hatte ja Kritik geäußert, vor allem an Monstern, die die erste Runde ziehen wollen, dass man die hier rein stellt, weil ich das Quatsch finde, weil die hier immer sehr quatschig geruhnt sind. Gucken wir auf die Ruhnen. Ali ist jetzt kein Erstrundenmonster, das ist solide, würde ich sagen. Speed, HP, HP Prozent. Für solche Monster sind Unterstützungsmonster ideal. Das ist okay, würde ich sagen. Ali ja passt. Camilla. Sehr wenig Speed, aber recht tanky, kann man machen, auf Crit Damage gebaut. HP, Crit Damage, HP. Yo, wenn ihr die wahrscheinlich sogar noch ausgrindet, die Ruhnen, ihr könnt das ja nicht selber grinden. Schade, wäre cool, wenn man das vielleicht mit den Ruhnen noch irgendwie machen könnte. Gut, das geht nicht, aber die war recht langsam. Der ist auch recht langsam, aber auf dem richtigen Set. Ja, zerstörendes im Belagerungskampf, meistens ein cooles Set, nicht unbedingt Gegenangriff, aber Gegenangriff geht auf Tesarion natürlich auch, klar. Ja, Ophelia ist auch fein, denke ich, also die sieht gut, deswegen die Monster, die so eher so Off-Tanks sind, die kann man da sehr gut mit Unterstützern packen. Der Feng Yang ist sehr langsam, aber sein Passiv sorgt ja dafür, dass er eigentlich recht gut Runden bekommt. Hier wäre eine Speed-Rune wahrscheinlich auch okay gewesen, aber gut. Dann wird es jetzt noch spannend. Iodin ist noch ein Monster, was eher so genau Damage-Dealer sein muss. Der ist sehr langsam hier, aber was für mich eigentlich interessant ist, ist so Monster, die die erste Runde ziehen. Die Praline, ja, 131 auf dem Swift-Set. Das ist ziemlich scheiße, muss man sagen. Und der Kaki, Kaki ist wahrscheinlich wieder okay-isch. Und jetzt hier die Miranay, 138. Genau das, was ich gesagt habe, die kannst du sowieso nicht benutzen. Also es ist halt, also niemand, also klar, mir haben auch schon Leute auf YouTube runtergeschrieben von wegen, ja, du musst ja immer gucken, nicht jeder ist hier Gigardien-Spieler. Aber Bro, also wenn du nicht mal die, was ist das hier, 245 Speed überschreiten kannst mit deinem Monster, dann geh zurück in den Dungeon und fang an zu farmen. Das ist jetzt kein Front, sondern diese Speed-Werte zu erreichen, ist Kiki-Fucks. Das geht super, super easy. Also da farmst du vielleicht mal eine Woche Riesen und dann hast du das Set. Also das ist so, das ist, was ich nicht so verstehe. Und warum man hier so eine erste Runden-Monster reinpackt, check ich nicht. Wie sieht der Gerlian aus? Haben wir den uns angeguckt? Ja, der könnte wahrscheinlich ausreichen, gerade so. Der könnte ausreichen. Aber ich finde hier Mariner und den Schoko-Ritter ein bisschen lost. Der Rest von den Off-Tanks, den könnt ihr wahrscheinlich gut nutzen. Also alles, was hier so Alia, Camilla, Tesa, Ophelia und Feng, die kann man wahrscheinlich gut nutzen. Also da hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Aber die ersten Runden-Monster, da habe ich persönlich ein Problem mit. So, und dann könnt ihr jetzt noch in der Monster-Info auch eine Differenzierung sehen. Ich habe erstmal eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was hier passiert. Ihr könnt eine Differenzierung hier sehen in der Nutzbarkeit von bestimmten Monstern. Also hier könnt ihr zum Beispiel sehen, ob eine Tiana jetzt hier im Angriff, also in der Attack genutzt wird, als Offensive. Oder ob sie in die Defense gestellt wird. Spoiler, Tiana nicht in die Defense stellen. Auch wenn sie hier steht, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es gibt Leute, die jetzt anscheinend nutzen und das könnt ihr jetzt hier in der Monster-Info, in dieser Nutzbarkeit, wo andere, die das einsetzen, noch ein bisschen differenziert sehen, finde ich nicht so schlecht. Generell würde ich diese Monster-Info noch viel mehr aufdröseln. Da sind noch viel mehr Sachen möglich. Ich hätte das auch gar nicht so, also ich hätte das auch ganz anders unterteilt, dass man hier vielleicht verschiedene, die verschiedenen Spielbereiche nochmal in extra Kategorien unterteilt. Und dass man die dann anklicken kann nochmal, weil ich glaube, da ist sehr viel möglich, um einfach mehr Informationen noch zu streuen. Aber gut, das ist das, was wir halt so bekommen haben. Dann sehen wir hier die Monster-Info-Schreibfläche. Du kannst jetzt quasi, wenn du im Welten-Gildenkampf mit dabei bist, haben wir jetzt ja schon das Ding hier bekommen, dass man auf die Runen zugreifen kann. Und ihr könnt jetzt auch hier auf die Monster-Info zugreifen. Gott, das machen wahrscheinlich wenige. Viel interessanter ist jetzt der Satz hier. Der wurde ohne Bilder hier gemacht. Hier hättest du ein Bild gebraucht. Das ist wahrscheinlich da oben komplett uninteressant. Aber das ist hier interessant. Nämlich Verbesserung zum Fertigen von Runen. Das denkt ihr jetzt, ja gut, das kennen wir doch alles schon. Aber nein, richtig lesen. Es wurden Verbesserungen vorgenommen, sodass für das Fertigen von Hohen und Antiken Runen nur noch 6 Sterne Runen gefertigt werden können. Also Compto Us, und das ist das, was ich eingangs meinte, Compto Us hat hier nicht nur die normalen Runen, sondern auch die antiken Runen nochmal verstärkt. Was sehr, sehr cool ist. Das heißt, das Runen-Crafting ist endlich sinnvoll. Und damit macht jetzt auch gleich die andere Änderung, die sie mit releasen werden oder haben schon bereits auch sehr viel Sinn. Vorher jedoch nochmal Weg des Beschwörers wurde angepasst, dass man hier nicht mehr diese Siegespunkte erreichen muss, sondern nur noch gewisse Anzahl an Arena-Kämpfen gewinnen. Sehr gute Änderung, ich habe das letztens mit meinen kleinen Accounts versucht, die 1300 zu schaffen. Man kann es schaffen, ich habe es auch geschafft, aber Bruder, also ich verstehe jeden, der es nicht schafft, weil es halt schon ziemlich belastend sein kann. Du kannst diese Siegespunkte idealerweise wahrscheinlich nur in den ersten Wochen schaffen, wo du noch in dieser Anfänger-Liga unterwegs bist. Deswegen gute Änderung, also sehr gute Änderung. Dann sehen wir hier auch noch, es wurden neue Herausforderungen zum Beschwörungsturm hinzugefügt und das ist auch wieder richtig cool für neue Spieler. Und hier steht, der Beschwörungsturm wird freigeschaltet, das ist was, was noch im Nachgang passiert ist. Aber hier ist interessant und endlich, endlich hat Come to Us auf die Community gehört und den Silfen in Wasser gibt es jetzt for free. Das ist richtig gut. The King of TOA is for free, finally. Also wer jetzt Probleme hat mit dem Turm der Prüfungen, dann seid ihr selber schuld. Also jetzt ernsthaft, ja, also das ist, ihr kriegt jetzt im Turm der Prüfungen den Silfen in Wasser for free, ihr kriegt die Aufwertungsmaterialien, ihr kriegt sogar Runen für den Boy, alter was. Aber idealerweise ist es sogar auf Gewalt, wäre noch ein Stück besser, aber kann man auch machen, meinetwegen. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Mana, Bumsti Dumsti, okay, und der Rest ist wieder irrelevant. Aber ihr könnt mit dem Silfen und mit Spectra, dem Greifen in Feuer, könnt ihr quasi den Turm der Prüfungen komplett dominieren. Also das ist so der Klassiker Turm der Prüfungen, Tyron, Spectra, Loren, Veromos, keine Ahnung, vielleicht da noch Sigmarus oder Crow rein. Und dann GG, dann kommt man da durch oder ihr macht noch die Paladinen, die ihr jetzt ja geschenkt bekommt. Und dann sollte der Turm der Prüfungen vor allem normal und hart super easy sein. Also der Silfen in Wasser ist ein echter Cheatcode. Sehr cool, dass man den jetzt anscheinend so bekommen kann. Dann gehen wir einmal rein in die Zählmethode der Monstersammlung. Ja, Achtung, hier richtig hinhören. Die Monstersammlung hatte ja bisher 1714 Monster. Und Comptoros hat jetzt endlich die ganzen Erweckungen und Zweiterweckungen als ein Monster gezählt. Dass sie nicht doppelt zählen, dass man sagt, okay, der Feuer in Ogami, den gibt es jetzt nicht dreimal, so wie bisher, in der Erweckten, Zweiterweckten und in der normalen Form, also in der Unerweckten. Sondern man hat das Ganze zusammengestampft, sodass man jetzt eine gute Übersicht bekommt, wie viele Monster gibt es denn eigentlich im Spiel. Und das sind wohl 901. Und daraufhin könnt ihr jetzt natürlich auch wieder gucken, wie viele Monster habe ich denn von den 901. Das finde ich echt eine coole Änderung, weil so sieht man als Sammler sieht man dann auch so ein bisschen, wie viel fehlt mir denn noch. Das ist eine coole Sache, nur sieht man dann auch sehr schnell, wie viele LEDs man dann nicht hat. Egal. Daraufhin wurden auch noch ein paar Errungenschaften mit hinzugefügt. Super, Turm der Prüfungen kriegt nochmal Benachrichtigungsfunktionen, dass ein Reset passiert ist. Okay, wir kriegen einen zeitlich begrenzten wieder Beschwörerpass, wo ihr entweder wieder Kristalle ausgeben könnt für weitere Sachen. Hier 3000 Kristalle ist immer ziemlich viel, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen würde, wenn ich an eurer Stelle wäre. Für die Free-to-Play-Spieler geht das wahrscheinlich auch so. Solltet ihr genug Kristalle rumliegen haben, naja gut, dann kann man das hier endlich mal auslösen. Ich persönlich würde es nicht machen. Das heißt hier also, so eine Beschwörungsmission ist noch mit am Start. Was gibt es hier so Schönes noch? Was ist denn eine SWC-Rolle? Okay, lohnt sich also doch nicht. Perfekt, gehen wir weiter. Dimensionsloch. Hier gab es ja auch so einen kleinen Übersetzungsfehler. Das Limit für das Aufladen von Dimensionslochenergie wurde von dreimal alle sieben Tage, das stand damals, stand da noch dreimal täglich, auf fünfmal alle sieben Tage erhöht. Sehr gut. Das ist übrigens hier mit dem Dimensionsloch, kann man jetzt, das macht jetzt auch wieder mehr Sinn. Wir können jetzt besser Rune craften und wir haben jetzt auch mehr Möglichkeiten Dimensionsenergie aufzuladen. Sehr gute Änderung. In Tat daraus kann man jetzt wohl auch nochmal mehrfach in dieselbe Stage reingehen am selben Tag, mit Ausnahme von den Bossen, kann man jetzt also, wenn man bereits gewonnen hat, erneut kämpfen. Das ist wahrscheinlich eine gute Änderung zum Testen, vermute ich mal. Dann hat man hier noch einen schädlichen Effekt, Siege-Effekt hinzugefügt in die Suche. Ich persönlich zum Thema Suche würde gerne mir auch wünschen, kommt du aus, wann kommt die Monstersuche, wo wir einfach den Namen des Monsters reinschreiben können. Ich check das nicht, Alter, ich weiß nicht. Ja, aber das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir, wenn wir Monster suchen, dass man einfach den Namen eintippen kann. Also darum geht es doch am Ende, oder? Ich muss da nicht ein übelstes Rätsel draus machen, ist das Monster jetzt ein Angriffsmonster? Es ist Element Wasser. Was ist noch wichtig, ne? Also ich muss da acht Sachen eintippern, also in der Zeit habe ich den Namen schon dreimal geschrieben. Ja, da würde ich mir eher eine Suche auf Namen wünschen. Aber gut, auf der linken Seite ist es egal, Fehlerbehebungen sind noch mit dabei. Und eine, sag ich mal, Beschreibung, die verändert worden ist für Momo. Soweit erstmal, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht, wir gehen jetzt mal in die Monster rein. Dann gehen wir zuerst rein in die zweite Erweckung und würde ich sagen, Colleen in Feuer. Die sieht echt gut aus, also nicht nur optisch, auch von den Fähigkeiten, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. Colleen hat die erste Fähigkeit, die ist, glaube ich, leicht verbessert. Im Vergleich zur ersten Erweckten-Version kriegt die eine höhere Aktivierungsrate vom Start weg, glaube ich. Wobei, das ist, glaube ich, die ähnliche oder sogar eine schlechtere Aktivierungsrate sehe ich gerade. 50 Prozent, nee, ist 70. Also ist dasselbe Aktivierungsrate, ist dasselbe hier sozusagen wie in der ersten Erweckten-Version. Dann tödliche Darts. Hier kommt nochmal ein Brandmaleffekt hinzu. Das ist für den Raid gar nicht so schlecht. Plus, dieser Brandmaleffekt hat eine 30-Prozent-Chance und kann also auf 50 mit Skill-Ups hochgehen. Gute Skill-Ups hier an der Stelle, also vielleicht eine Überlegung wert. Und jetzt steht hier, das ist auch interessant, hier steht nämlich ein Skill-Up wie der Herstellung des Angusbalkens. Das bedeutet, die kann jetzt Angusbalken erhöhen oder was? Hier können wir erstmal die HP um 30 Prozent erhöhen. Das ist, glaube ich, auch höher, als wir das hier hatten. Das sind nicht nur 25 gewesen. So, und dann haben wir danach die Angus-Leiste vermindert mit vollem HP um jeweils 15 Prozent. Also einen stärkeren Heal und einen Attackbar-Boost. Oha, oha. Also Colleen, okay, ich bin jetzt hier gerade sehr positiv überrascht. Colleen sieht nach einem sehr interessanten Monster auf einmal aus. Die kann auch Angusbalken erhöhen. Wow, also das kann cool sein. Vielleicht ja auch für verschiedene Raid-Teams. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht noch in der zweiter Weckten-Version. Ihr müsst allerdings aufpassen dabei, dass, wenn ihr das Ding sofort zweiter weckt und vielleicht mit einem Bail-Team im Raid gerade nutzt, dann Vorsicht. Weil mit den Angusbalken, das kann dann ein bisschen durcheinander kommen. Aber Colleen erstmal an sich, sehr interessantes Monster. Und dann kommt das Wassermonster der Familie Cicero. Und ich denke gerade, ich lese nicht richtig. Was ist da denn los? Also erste Fähigkeit wieder gleich. Zweite Fähigkeit hat jetzt keinen Brandmal. Auch wieder den Heal-Block. Aber die zweite Fähigkeit hat einen Freeze. Auch interessant. Und jetzt die dritte Bruder. Lese ich das gerade richtig? Greift alle Gegner dreimal an. Jeder Treffer hat eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, einen vorteilhaften Effekt zu entfernen. Und eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, die Angusgeschwindigkeit für zwei Runden zu verringern. Und danach wird die Angriffsleiste von Gegnern mit verringerter Geschwindigkeit um jeweils 20 Prozent absorbiert. Ich meine, 40 Prozent ist jetzt nicht so super hoch. Ist ein Dreifach-Hit. Aber wenn das trifft, klingt das sehr interessant. Und vor allem, wenn der Gegner vielleicht schon direkt, sag ich mal, so Speed-Debuffs drauf hat. Ihhh. Also das ist, klingt nach einem interessanten Free-to-Play-Monster, sage ich mal. Muss man testen, ob das so super zufällig ist, die 40 Prozent bei einem Dreifach-Hit. Aber klingt erstmal nach einem interessanten Monster, was man vielleicht sogar im PvP-Bereich spielen kann. Und dann kommen wir zur Wind-Version. Wir sehen Ziel. Ziel wie derselbe erste Fähigkeit. Dann kommt die zweite Fähigkeit, die echt ein gutes Upgrade bekommen hat. Wenn ich mal so gucke, was die erste Version so kann. Da wird nur ein Gegner angegriffen und kriegt ein Dot. Und ein bisschen Zusatzgenauigkeit, dass das alles trifft. Und hier der gellende Schrei kommt jetzt so, dass alle Gegner angegriffen werden. Dots bekommen. Und das ist aber nur einer. Für allen Gegnern kontinuierlichen Schaden zu. Wahrscheinlich einen Dot. Und betäubt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent für eine Runde. Wie lange der Dot ist, steht jetzt hier nicht wie viele Runden. Weil normalerweise machen die ja irre viele verschiedene Runden-Damage. Aber Betäubung mit 50 Prozent, die auf 70 noch hochgehen kann. Das ist für alle Gegner. Plus, alle Gegner werden auf der dritten mit dem Strudel um ihre Angriffspreise verringert. Und fügen drei Runden lang nochmal Dot-Damage hinzu. Das ist ein richtig gutes Monster für den Turm der Prüfungen. Sehr starkes Kontrollmonster auf einmal geworden. Ziel. Also das gefällt mir durchaus. 108 Basistempo. Sieht auch sehr, sehr stark aus. Warum hat Ziel jetzt eigentlich 108? Ich weiß es auch nicht. War das schon immer so? Interessant. Okay. Ja, aber das sieht nach einem sehr starken Ton der Prüfungen-Monster aus. Oder generell ein Kontrollmonster, das ihr vielleicht auch im PvP-Bereich so als Follow-up spielen wollt. Dann kommt das Lichtmonster der Familie. Sie hat auf einmal eine ganz andere Fähigkeit, also etwas andere erste Fähigkeit. Zwei Mal angreifen. Der erste Treffer verringert die Verteidigung mit 50% Liga Chance. Und der zweite Treffer die Angriffskraft mit 50% Liga Chance. Skill-Ups geht nur der Schaden hoch. Schade, hier wäre eine Aktivierungsrate besser gewesen. Dann kommt der geltende Schrei. Und der sieht eigentlich genauso aus wie das ursprüngliche Ding. Da hat sich, glaube ich, gar nichts verändert. Ein durchdringender Schreiter, der den Feind betäubt, der den Feind betäubt, einen einzigen. Drei Runden lang Dot-Damage und eine zusätzliche Aktivierungsrate für Genauigkeit. Ja, also zusätzliche Genauigkeit. Ihr braucht also weniger Genauigkeit auf ihr. Mit der zweiten zumindest. Und dann haben wir ein Passiv. Wenn du bei deinem Zug eine Fertigkeit einsetzt, greifst du das Ziel zwei bis drei weitere Male an und absorbierst bei jedem Angriff Angriffsleiste. Hm. Das klingt interessant, aber nicht für Dungeons. Weil hier ist Dot-Damage dabei. Ah, das ist vielleicht auch wieder, ist das sogar was für Belagerungskämpfe? Mir fällt gerade kein so richtig spontaner Dungeon ein, wo man das benutzt. Weil Angriffsleisten absorbieren ist wieder blöd für den einen Dungeon im Artefaktbereich. Stun kannst du keine Bosse mit der zweiten. Dotten auch nicht in den Abgrundetagen. Also für Dungeons eher nichts. Aber ist das ein PvP-Monster? Also jetzt vom ersten Eindruck fällt mir gerade nicht so wirklich ein, wo man die einsetzen könnte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Aber momentan würde ich eher sagen, klingt so ein bisschen nach dem schlechtesten Monster der Familie derzeit. Und dann haben wir wahrscheinlich das interessanteste Monster der Familie Seren. Seren? Seren? Sabine. Die auf jeden Fall hat die erste Fähigkeit Blackout-Kick. Das ist das gleiche. Aber jetzt die tödlichen Darts können wieder vorteilhafte Effekte entfernen auf einem Gegner. Und dann die HP-Wiederherstellung stören. Das haben wir ja schon. Dreifach-Hit und jetzt die dritte. Brutale Freunde. Gegner viermal angreifen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% Verteidigung verringern. Und führt dann mit den Verbündeten gemeinsam mit zwei bis drei Verbündeten nochmal einen Eingriff aus. Das ist cool. Das sind massiv viele Multi-Hits. Also die wird auf jeden Fall für Dungeons interessant sein. Nekropolis-Bereich auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Vielleicht ja sogar auch für den Drachen, weil vorteilhafte Effekte entfernen. Aber HP-Zerstören, HP-Erholung wieder eher vielleicht weniger. Aber das ist auf jeden Fall was für den Nekropolis-Bereich, würde ich sagen. Vielleicht ja auch für den Eisernen Dungeon. Könnte ich mir auch vorstellen. Wiederherstellung vielleicht. Ja, interessant, interessant. Seren oder Seren, wie man sie nennen möchte. Klingt nach einem interessanten Monster bei den... Also du wirst jetzt sagen, bei den Monstern hier würde ich am ehesten... Feiere ich gerade Colleen. Dann kommt für mich Seal. Dann kommt Seren. Und dann kommt Cisro. Und als Schlusslicht ist es bei mir Sia. Aktuell, da habe ich noch gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wie würdet ihr das einranken? Welches gefällt von euch da am ehesten von den Harpus? Schreibt es gerne mal unten rein. Wir gehen jetzt weiter in die Net5-Familie. Und dann gehen wir rein in die Drakan-Kriege, heißen sie, glaube ich. Genau. Und wir haben hier Deragron als Feuermonster. So heißt er jetzt. Es hat sogar noch eine 44er-Angriffskraft-Lead in der Arena. Okay. Klingt für mich wieder nach einem Welt-Arena-Monster, muss ich fast schon sagen. Dann sehen wir hier einen Passiv, der ja wieder so wiederherstellende Sachen machen kann. Und hier auch nochmal, ich glaube, war das hier drin, kommt nochmal ein 100% Schadenbonus mit dazu. Muss man wirklich mal gut testen, wie das Ganze funktioniert. Bin ich sehr gespannt. Wir haben auf der zweiten Fähigkeit, so ähnlich wie Laika, wieder so eine Fähigkeit, die schadensreduzierte Effekte ignorieren kann und deine HP wiederherstellt. Und die erste Fähigkeit hat eine Verteidigungsbrechung. Klingt erstmal nach einem interessanten Single-Target-Damage-Dealer, würde ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus vielleicht Mei Huang und Laika. Aber ja, mal gucken, Deragron und eine 44er-Attack-Lead ist natürlich schon heftig. Also ich bin sehr gespannt, wie viel Schaden der hier auspacken kann. Das klingt erstmal nach einem interessanten Monster. Dann haben wir das Wassermonster der Familie, Solwag. Und der klingt für mich, jetzt steht hier Arena-Defense-Lead 44er, aber der klingt für mich tatsächlich eher nach einem Belagerungskampf-Monster, muss ich sagen. Erste Fähigkeit kann wieder Verteidigung brechen. Zweite Fähigkeit greift jetzt alle Gegner an. Kann basierend auf seiner Verteidigung, also er ist eher ein Verteidigungs-Monster statt Angriff, kann er Schaden machen. Dabei schädliche Effekte auf Zielen mit schädlichen Effekten noch mehr Schaden machen. Also das ist auch nicht schlecht. Also er braucht ein Setup, das vorher schon mal Debugs auf dem Gegner sind. Und wenn du derzeit außerdem selber keine schädlichen Effekte hast, wird die Angriffsleistung um 20% absorbiert. Also mit ihm wahrscheinlich so für die erste Runde probieren zu gehen, was zumindest die zweite Fähigkeit angeht. Und dann gehen wir aber in die dritte und die wirkt für mich schon wieder eher wieder nicht für die erste Runde. Drachenschlag steht hier, geht für drei gegnerische Angriffe mit einem Einzelzielfertigkeit in den Bedrohungszustand über. Also Threatening State für drei Runden. Greift alle Gegner an, um Schaden zuzufügen, der proportional zur Verteidigung ist. Und gewährt für zwei Runden den Effekt Verstummung und erhöhte Chance auf Streifschuss. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht entweder in so Autoteams in der Arena spielen kann, in der Offense. Oder in Belagerungskämpfen könnte ich mir das auch vorstellen, dass man den hier spielt. Flächendeckende Attacke, die verstummen und glanzen kann. Das ist schon mal eklige Debugs hier grundlegend. Vielleicht auch ein Monster, aber so mit Defense. Also Kondo hat in letzter Zeit wieder ein Monster released. Wir hatten es ja jetzt schon mit den UGs war es, glaube ich. Also es gab da auch eine Monster-Familie aus der Colabo, die auch sehr auf Abwehr aus war. Also auf Verteidigung. Das ist interessant. Sollwerk, also für mich zwei Flächenattacken. Natürlich cool. Muss man aber wieder testen, wie viel Schaden dabei rumkommt. Und ob der wirklich so krass ist, kann man jetzt natürlich noch nicht so richtig sagen. Cooldowns sehen erstmal ganz solide aus, würde ich sagen. Aber hier sind wieder weitere Tests nötig, denke ich. So, das Wind-Monster dieser Familie klingt jetzt sehr interessant, finde ich. Das hatten wir so in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht. Wir sehen eine 44er-Prozent-HP-Lead. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist eine sehr gute Lead. Drachenbombardierung. Jetzt steht hier, greift alle Gegner an, um Schaden zur Verteidigung anzurichten und entfernt alle Buffs. Das ist schon mal krass. Plus verringert außerdem die HP von Gegnern, von denen vorteilhafte Effekte entfernt würden, um 15%. Da frage ich mich, sind diese 15% fixer Damage? Also ist das ein flächendeckender 15% Damage-Spell so? Das wäre krass. Der greift an, also nimmt alle Buffs runter und macht direkt 15% Damage am Gegner. Wenn du dann noch sowas wie Molong dazu spielst, der ja glaube ich dann 85 macht oder 80, bin mir gerade nicht sicher. Da kannst du natürlich schon sehr gut vorentscheiden. Also das ist ein wildes Monster, würde ich sagen, für die Welt-Arena, vermute ich mal. Wenn nicht sogar auch für die Arena-Offense. Aber da lässt bestimmt noch einiges an. Das lässt bestimmt noch einiges, ja vielleicht sogar für die Arena-Offense mit Lutions oder so. Stell dir vor, du nimmst alle Buffs runter, machst dem Gegner schon mal direkt 15% von seinen HP runter. Und dann schießt du mit einem Luschen drüber, der ja dann nur noch nicht mehr 100% Leben töten muss, sondern 85. Alter, also wenn das wirklich so funktioniert, wie ich das jetzt hier lese, dann wäre das richtig krass. Also das sieht nach einem richtig fetten Monster tatsächlich aus, den ich gerne mal austesten würde. Ereshion, oh mein Gott, die dritte Fähigkeit klingt wild. Plus die zweite Fähigkeit, die hatten wir jetzt gerade eben schon, die macht wieder mehr Schaden auf Debuffs. Aber die dritte sieht hier nach einer richtigen, ja, Drachenbombardierung im Namen des Programms, würde ich sagen. Und dann haben wir das LD-Net5, das erste dieser Familie Friedrion. Und Friedrion hat einen Passiv-Drachen-Schuppen, das jeglicher schädlicher Effekt, der einmal auf dich angewendet wurde, im selben Kampf nicht nochmal auf dich angewendet werden kann. Außerdem werden die schädlichen Effekte unter den Ausführenden zurückgeworfen, wenn du sie erneut erhältst. Oh mein Gott, das klingt nach einem sehr guten Welt-Arena. Counter gegen sehr viele Debuff-Kombos. Grüße gehen raus an Hegang Leila. Also das ist richtig eklig, glaube ich. Das ist ein richtig schönes Antwort-Monster. Könnte ich zu meiner Akroma gebrauchen. Hat eine Resistance-Lead. Jo gut, das ist jetzt eher, die Resistance-Lead macht doch eigentlich mit dem Passiv wenig Sinn, oder? Du willst doch gefühlt die ganzen Debuffs haben. Aber du willst eigentlich noch irgendwas haben, was die Debuffs wieder runternehmen kann daneben. Also du bräuchst jetzt daneben noch ein Monster, was ihm wieder glänzen kann. Und dann wird's wild. Also dann ist er ja quasi immun gegen alles. Zweite Fähigkeit ist dann wieder, je nachdem wie viele schädliche Effekte auf den Gegner drauf sind, macht wieder mehr Schaden. Das ist dann wieder unspannender. Und die erste Fähigkeit ist wieder die Verteidigungsbrechung. Also der Passiv klingt für mich nach einem starken Entweder-Belagerungskampf-Monster oder Welt-Arena. Also das ist so die beiden, da sehe ich das am ehesten. Gerade auch im Belagerungskampf kann ich mir das auch als gutes Offense-Monster vorstellen. Warum nicht? So, und dann als letztes Monster sehen wir jetzt hier Dracar. Und bei Dracar, also wenn ihr dachtet, dass das Lichtmonster schon witzig aussieht, dann Dracar im Dunkelheitsbereich. Oh mein Gott. Duell der Ehre. Es wird ein Effekt angewendet oder entfernt mit einem Effekt, dem nicht widerstanden werden kann. Alle Buffs und Debuffs vom gegnerischen Ziel, also von dir selber. Dann gibt's ein 1 gegen 1 Duell. Während des Duells werden keine Passivas aktiviert. Das Duell beginnt mit deinem Angriff und beide Seiten tauschen dreimal fertig, also erste Fähigkeiten aus. Erste Fähigkeiten in dem Fall ist die Verteidigungsbrechung in seinem Fall. Wenn am Ende des Duells ein Monster besiegt wurde, gewinnt die Seite mit dem überlebenden Monster. Die Angriffsleiste aller Monster der Gewinnerseite werden um 50% erhöht. Und die Angriffsleisten aller Monster der Verliererseite werden um 50% verringert. Bitte was? Also, wenn du dieses Duell gewinnst, hast du sehr wahrscheinlich auch den Kampf gewonnen. Weil nicht nur, dass du, wenn du gewinnst, tötest du ja das gegnerische Monster. Also sagen wir mal, da ist jetzt ein Szenario von vier Gegnern. Du nimmst einen raus, dann ist der schon weg. Plus, dass dein Team dann auch nochmal Angriffsbalken wie bekloppt bekommt und das gegnerische Team nicht. Also das gegnerische Team geht der Angriffsbalken runter. Das heißt, auch ein Tian Lang wird durch die Angriffsbalkenreduzierung hier hart begrenzt. Ich wollte gerade andere Dinge sagen, aber das sieht nach einem sehr interessanten Monster aus für die vielleicht Welt-Arena. Hat ja auch ein Arena-Lead. Vielleicht auch ein Belagerungskampf, muss man sehen, wie man das da einsetzt. Aber holy. Also da bin ich sehr gespannt, wie der hier so ausgeht. Ansonsten, zweite Fähigkeit ist wieder gleich wie bei Feuer. Der hat wieder das Ding, wo man sich selber heilen kann. Auch nicht so schlecht hier, weil das Ding kann ja nicht heilen. Das heißt, das Duell auszurufen macht ja nur Sinn, wenn man selber schon gute HP selber hat. Also meist am Anfang oder wenn man wieder hochgeheilt worden ist. Also Draka sieht ja irgendwie ziemlich OP aus, so beim Lesen zumindest. Schauen wir mal, wie das wird. Jetzt wird ihr gefragt in den Kommentaren, welches Monster denkt ihr denn von den Zweiterweckungen ist euer Favorit? Von den Drakan-Kriegern. Was sagt ihr, ist da so das Coolste? Würde mich mal interessieren. Und wie gefällt euch generell die neuen Änderungen? Rein in die Kommentare damit. Und ich persönlich sage, Ereshion ist von den normalen Netfives, liest sich sehr, sehr krass, wenn das hier so ein fixer Schaden ist, dass wirklich 15% von Leben der Gegner reduziert wird. Oh boy. Das klingt nach einem sehr interessanten Monster. Plus die beiden Netfives sehen auch sehr gut aus. Also da kommt du als wahrscheinlich bessere Monster entwickelt als bei der Kollabo. Aber naja, es ist wie es ist. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr jetzt eins der neuen Monster ja vielleicht zieht. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Lass den Daumen auf dem Video da, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.